So, weiter geht es. Wir gucken mal, wer jetzt für eine Mission bekommt. Ich wollte dich mal etwas fragen. Diese Sache mit den McCoys. Warum hast du überhaupt Stress mit denen? Ach, keine Ahnung. Die glauben, dass die Stadt ihnen gehört. Das geht mir auf die Nerven, weißt du? Ist schon eine Weile her, aber es gab mal ein Deal. Der Arsch wollte mit mir zusammenarbeiten. Dann haben sie mich betrogen und die ganze Kohle für sich einbehalten. Weißt du, das sollte mein größter Durchbruch werden. Aber das ist Schnee von gestern. Bei allem, was wir aneinander angetan haben, es wird niemals enden. Und warum ist mittlerweile auch egal. Du kannst nicht zulassen, dass es irgendwie so weitergeht. Ich habe keine Wahl. Die werden immer weiter Ärger machen. Und mit mir in die Quere kommen. Beschlossen vorgehen, lernen, damit zu leben, Frieden schließen. Hm. Hm. Make love not war. Die sind nur in den ganzen Bullshit bestimmt genauso genervt wie du. Ernsthaft? Du bist echt der Letzte, der mir sagen sollte, dass ich mich entspannen muss. Warte mal. Die Cops. Ich muss. Beruhig dich. Das ist nur dieser beschissene Hank McCoy. Klar, er ist ein Cop, aber sieh mal, wenn er bei hat. Das ist ein privater Besuch. Dwayne, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wissen, was du mit unserem Bruder gemacht hast. Ist uns egal, aber ob du rauskommst oder nicht. Ich glaube, wir sind dir noch was schuldig. Bam. Wir schießen auf uns. Sack bloß. Geh da raus und wieder das Feuer. Was? Ah, sorry. Hier, blöden Pilze und Beeren und Schlägschnack futtern. So. Ausrüsten. Was? Ach, die liegt neu. Ah. Ich verstehe. Es geht hier nach Kilogramm. Es geht hier nach Kilogramm. Ekelhaft. Vergammelt. Lassen wir uns mal übrig. Was ist das hier? Wasser. So, kann ich denn jetzt eigentlich... Oh Gott. Ich muss doch... Oh Gott. Ich muss doch erst mal... die Waffel auswählen, Mensch. Oh, Junge. Ah, schuldigung. Oh Gott. Ekelhaft. Der ist da drinne, oder was? Ah, jetzt haben die sich ja alle verkrümelt. Das ist ja bescheuert. Komm ich denn jetzt rein? Äh... Ups. So, mein Freund. Okay, brauche ich den Schlüssel. Wo viele Schlüsse? Warum sind die eigentlich überall verstreut, die Schweine? Oh. Suchen. Suchen. Nee. Nee. Wer lag doch eine Knarre von rum? Hätte ich die eher aufsagen müssen, oder? Die alten Hillbillis, ey. Wie komme ich denn jetzt ran? Ah, da ist einer. Ah, da guck mal. Äh, aufsammeln. Nein, verdammt. Nicht nur Platz. Äh. Brandneues Telefon. Bla, bla, bla. Ja, Taschenlampe. Brauche ich nicht. Äh. Brauche ich nicht. Äh. Brauche ich nicht. Äh. Oh, jawohl. Hat der noch mehr? Nee. Sonst ist das, was ich weggeschmissen habe. Ich müsste mal was essen, sehe ich gerade. Ähm. Da komme ich nicht hin. Ich schnappe mir jetzt einen von ihren Autos hier. Ha. Geht der mal ordentlich ab. Junge. Ja. Ja. Kein Plan. Wie soll ich da halt nicht rankommen? Was ist die denn? Waren sie so versteckt? Da hole ich mal den aneinander. Was? Die sind irgendwie alle außerhalb. Von der Map. Oh, nö. Das ist ja blöd. Also leicht buggy, das Level. Das ist echt, äh, echt doof. Hm. 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 Ich weiß jetzt nicht, wie ich die da rauskriegen soll. Nee. Ungern. Aber ich muss anscheinend. Da kriegt die Lever neu starten. Okay, das geht also vorne los. Das ist alles dasselbe. Äh. Die Pops. Okay, jetzt kommen sie wieder. Okay. Jetzt kommen sie wieder. Ach, du Kacke. Ich wollte da gerade... Alter. Junge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Falsche Taste. Q. Nee. I. Essen. Äh. Eine Uhr. Und noch eine Möhre. Oh, jetzt aber. Nachklang habe ich. Lass nach. Junge. So, jetzt wissen sie, die McCoys, was Sache ist. Sie glauben, die können meinen Schraubler zusammenschießen. Was? Alles klar. Alles klar. Lauter Gewehre. Ich kann die alle nicht nehmen. Ah ne, warte mal. Das ist bloß die Munition. Ah, ich verstehe. Okay. Ist hier nicht klar, dass unsere Stadt, äh, das unsere Stadt ist. Ähm, das lassen wir nicht durchgehen. Okay. Naja, mach mal. Blabla. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal wieder Nahrung zu mir nehmen. Wow. Bandage macht ja volles Leben, ey. Nächste Mission. Hm, dieser Mistkerl. Hank McCoy hält sich für unantastbar, nur weil er ein Cop ist. Los, finde Hank's Polizei-Auto, während er Mittagspause macht. Demodiere es und bringe es wieder an seinen Platz zurück. Wir werden sie dann, äh, was? Werden sie dann nicht einfach, äh, ein Haftbefehl gegen mich, äh, erlassen? Glaubst du, die sind die einzigen, die korrupte Cops auf der Gehaltsliste stehen haben? Machen wir mal keine Sorgen, oder? Bring einfach die Nachricht von mir. Okay. Gut, machen wir. Okay, der Abschleppwagen, der ist leicht verkohlt. Da ist noch ein Auto. Ah, jetzt muss ich den nur noch aufknacken hier. So, der ist irgendwo da hinten. Ach, der ist aber lahm. Ha. Wenn ich gerade nicht den demolieren könnte. Kann man rausschießen und wogegenfahren? Hier. Oh! What? Hab ich denn gemacht? Junge, der fällt ab. Nein! Ah, der hätte ihn gerade abhängen können. Oh, jetzt ist es um zwei. Fuck. Nein! Der schiebt mich hier durch den Verkehr. Okay, jetzt wird's hart. Jetzt sind schon vier Sterne. Huch, der Nächste. Alter! Mach das, der Land-Events, Junge! Ah, nein! Ein Zug! Hey, kann der mir helfen? Alter, die schieben mich hier weit. Nein! Das war die Chance. Was? Aua! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Das ist das Hemd und Jeans. Ich brauche eine andere Klamottenfarbe. Nein! Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nein! Ach, ist ein bisschen Stein. Okay, wenn ich mich gar nicht bewege, was passiert denn dann? Okay, anscheinend. Scheint da zu klappen. Okay, schon mal ziehkontakt verloren. Hm? Ah, okay. Wir haben schon mal ein Stern verloren. Was? Ah, okay. Auf zu blinken hier. Wir müssen jetzt irgendwo hin, wo wir Klamotten finden. Achso, ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Guckt mal einer an. Dadurch, dass ich in ein Auto gestiegen bin. Super, super, geil. So. Ups. Das war F, ne? Ja. Der Quetsche hängt es an. Vorsicht. Ups. Feuer. Ah, nix. Oh Gott. Da, da meinst kurz. Hottes Hemd und Jeans. Rotes Kleid. Gila Kleid. Grünes Kleid. Nein, nehme ich das hier. Hä? Oh Mann. Oh Mann. wenn man den sein wägel ich hier mal ein bisschen umstrukturieren ja nicht wirklich aber naja passt schon reicht schon so das war nischt ein bisschen schwingen und schwingen zack drin ist er predigt schrott zu dem kopf zurück brauche ich den abschlepfer hundertprozentig so ach der wird doof aus der wäschung das ist lecker manchmal ups steuerung nein ein schratthaufen so ist wohl abgeschlossen jetzt kannst du den lochenarsch freuen da was ist das denn gewesen der war ein abschlepfer was kann ich denn dann wachen was hab ich denn da jetzt am hagel was ist denn das keine ahnung so noch mehr müssen ich habe aber eher bock auf überfall werden wir davor noch mal ganz schnell aufwertung machen überfall drei punkte da zwei punkte drei punkte vier mehr schieße ich ihn ja wieder war oder mit dem heftiger hier ich habe ihn verängstigt okay Alarm loslassen, festsetzen keine Gegenstände, angreifen okay, alles klar wir suchen, schnell hopp 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 das wird aber Vorrat oh jetzt nix hier raus raus puh okay, erfolgreich erfolgreich auf jeden Fall den ersten Überfall absolviert oh ich überlege gerade können wir nicht mal irgendwie was ist denn hier noch so wo man was verkaufen kann eventuell hm Telefon Pfandleiher haben wir gar keinen hier doch da oben da ist ein Pfandleiher vielleicht können wir da so ein paar Sachen verschärbeln ups, oh Gott ey ich faufe die erste Menschen oh, Kühe hätten wir so eine Kuh eventuell ups, Entschuldigung oh ups, Allah stopp nein, ich kann keine Kuh äh, abschnecken so ach, das ist ein Geldautomat oh nein Polizei mach mal, dass du wegkommst ok, nice verkaufen 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 ein Foto jemand persönliches Erinnerungsstück klar Spülmittel ja, sehr nice ich würde ganz gerne mal so Geldautomat knacken natürlich jetzt so eine Sache ups der Puller Rider nein da hat er mich aus dem Auto rausgezogen ok, aber das war ja auch jetzt äh irgendwie völlig klar man ach, hier ist er schon weg und natürlich auch gleich wieder vier Sterne ja, da hinten läuft er die nächste Bulle nicht nicht ich 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 coordinating für Wir sind nervös, irgendwo ein Autofilm. Wo sind denn überall die Platzisten hinter mir? Alter, das ist das Gelegge. Ist hier irgendwo ein Auto rum? Oh, da war die Polizei gerade. Ah, da ist ein Auto. So, schnell. Weg, 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 weg. Oh Mann, ey. Wenn ich aussteige, dürfte auch nichts passieren, oder? Drei Sterne, lass ich nicht lachen. Will ich mit denen da schnappen? Warte mal, ist jetzt das weg hier? Der Stern? Ja. Okay, dann suchen wir uns ja erstmal schnell Klamotten. Irgendwo? Irgendwo? Ach, schade. Da ist der Geldautomat. Keine Absteigwagen mehr. Was ist denn? Nullshow wieder. Ach. Keine Klamotten. Ja, auch nicht. Ist da irgendwo... ...die paar Klamotten geben? Nein. Nein. Es kommt keine... Ich fahre die ganzen Burgärten hier, ey. What the fuck? Da auch keine Klamotten. What the fuck? Ich fahre die ganzen Burgärten hier, ey. Da auch keine Klamotten. Eventuell Nein, auch nicht Guckt erst mal Ja, natürlich So, passiere ich jetzt aussteigen Die Stirn habe ich nur noch Ein Heißt da einfach nur ein bisschen rumfahren Dann löst du alle gut Geht mal alle kaputt Was macht er denn da, Alter? Das ist wieder ein Bulle da Oder sogar ein Müllwahn, das ist hier Aber hier eventuell ein Abstand war Johann war Oh nein So Jetzt verstecke ich mich hier Warte kurz Zwei Sterne Oh Mann ey Kann man sich da so ein Verstecken eventuell? Ah, okay Der hat schon mal Gar keinen Stern mehr So Jetzt würde mich mal interessieren Oh Mann Äh, das ist schlecht Was würde mich mal interessieren, wie ich das Ding da aufkriege Um an den Inhalt zu kommen Okay Vier Sterne Nice Warte mal, jetzt müssen wir Mal ganz kurz gucken Äh, da unten muss ich hin Äh Verdammt noch mal Doch mal mein Essen Äh, Essen Mein, äh, Abschlepphaken Nicht, wie heißt denn das Geldautomaten-Dings So Zieh euch halt daher hier Und schmeiß euch dann Ja, der quält ja schon Haha Da klappt ja besser als ich dachte Schnell einfach hier einsteigen In den Wagen Oh Gott Nein So Jetzt kann man mal hoffen, dass jetzt keiner kommt Äh, äh, scheit nicht Gut, dann beende ich die Folge hier Und den nächsten versuchen wir dann den Problem mal abzuschütteln Oder unsere neue Mission zu schnappen Bis dann